Leni neun Jahre behauptet, ich erkenne alle Länder der Erde mit ihren Hauptstädten auf einer leeren Weltkarte und bin darin besser als der gefragt gejagt Quizgott Sebastian Jacobi. Leni und Sebastian haben zwei Minuten Zeit, so viele Länder wie möglich mit ihren Hauptstädten zu erkennen. Wer mehr richtig benennt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Paraguay Asunkion. Richtig. Weiter. Mauritania Noachat. Richtig. Lettland Riga. Richtig. Uthansimpu. Richtig. Uganda Kampala. Richtig. Moldau Kishinau. Richtig. Konea Konakri. Richtig. Papua New Guinea Port Morespi. Richtig. Kambodscha Phnom Penh. Richtig. Potswana Gaborone. Richtig. Wow. Guyana Georgetown. Richtig. Malawi Lilongwe. Richtig. Tatschikistan Dushambe. Richtig. Nicaragua Managua. Richtig. Aserbaidschan Baku. Richtig. Jowalik. Gavul Libreville. Richtig. Ungarn Budapest. Ja. Nicaragua. Nipoto Novo. Yes. Uruguay Montevideo. Richtig. Kyrgyzstan Beshkek. Richtig. Suriname Paramaribo. Richtig. Zambia Lusaka. Ja. Charta Chamena. Korrekt. Tzmyan Manapitab. Ja. Dominikanische Republik Santo Domingo. Jawoll. Bangladesch Dakar. Auch das stimmt. Litauen Vilnius. Jawoll. Tzmyan Manapitab. Oh. Tzvokina Faso Oagadogo. Richtig. Lepal Trapandu. Auch das. Liberia Monrovia. Korrekt. Taiwan Taipei. Ja. Urquadur Quito. Ja. Weißrussland Minsk. Ja. Laos Vientiane. Stimmt. Zimbabwe Harare. Ja. Turkmenistan Afgabat. Ja. Elfenbankstil Yamuruzoko. Der kam noch. Der kam noch. Der kam noch. Das waren 37. Guck mal. Die Show ist erst ein paar Minuten alt und unsere Gäste flippen gerade das erste Mal aus. Sebastian, auch für dich. Zwei Minuten Zeit. Toi, toi, toi. Auf los geht's los. Paraguay Asunción. Richtig. Philippinen Manila. Ja. Mauritania Nuakshott. Yes. Estland Tallinn. Nein. Bhutan Timpu. Ja. Uganda Kampala. Richtig. Moldawien Kisinau. Ja. Gabun Quatsch. Guineer Conakry. Ja. Papua Neuginea Port Morsby. Ja. Kambodscha Phnom Penh. Yes. Botswana Gaborone. Richtig. Guyana Georgetown. Richtig. Malawi mit Lilong Weh. Korrekt. Tatschikistan mit Dujan B. Ja. Ja. Nicaragua mit Managua. Yes. Aserbaidschan Baku. Ja. Gabun Libre Vin. Ja. Ungarn Budapest. Richtig. Benin Porto Novo. Richtig. Uruguay Montevideo. Korrekt. Kyrgyzstan Bishkek. Stimmt. Surinam Paramaribo. Ja. Sambia mit Lusaka. Ja. Chabt N'Djamena. Ja. Myanmar mit Naipidav. Richtig. Dominikanische Republik Santo Domingo. Auch das stimmt. Bangladesch, Dakar. Ja. Lettland mit Riga. Nein. Das ist Burkina Faso mit Oagadogu. Ja. Nepal mit Kathmandu. Ja. Ah, ähm, das... Die Zeit ist abgelaufen. Hartes Spiel, muss man sagen. Leni, komm zu uns. Ja. Sebastian, komm auf meine Linke und Leni kommt hier rüber auf die Rechte. So, und jetzt gucken wir mal auf das Ergebnis. Leni gegen Sebastian Jakobis. 37 hat Leni richtig genannt in zwei Minuten. Das war eine ganz grandiose Leistung. Das sehen wir jetzt einmal mehr. Herzlichen Glückwunsch. Leni gewinnt das Erdkunde-Duell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek. Und hier gibt's das nächste Video. Also, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.